Hallo meine Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Ich bin der Zanto, das hier ist unser Max und zusammen mit euch vielen vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich mega. Werden wir heute was ganz ganz außergewöhnlich machen. Und zwar werden wir heute das erste Mal die sogenannten Seilrutschen bauen. Das ist im Prinzip so, dieses Gebäude bzw. dieses Teil heißt im Prinzip Seilrutschen Ankerpunkt. Und zwar kann man da in relativ kurzer Zeit und mit hoher Geschwindigkeit von Punkt A nach Punkt B, ich gehe heute mal davon aus, dass wir zwei verschiedene Seilbahnen bauen. Ich nenne sie mal Seilbahnen und zwar würde ich gerne von unserem Ausgangspunkt der mysteriösen Maschine, im Prinzip die sich da hier befindet und hier daneben ist ja natürlich unsere Basis, zum natürlich zur Basis an der Hecke einen Ankerpunkt setzen und den nächsten Ankerpunkt natürlich von der mysteriösen Maschine Richtung Eiche. Richtung die, ja wie soll ich denn das sagen, Richtung die riesengroße Eiche. Das würde ich auf jeden Fall auch machen wollen. Die Eiche wäre ja dann hier, hier ist das Eichenlabor und hier seht ihr schon, hier ist der große Baum. Also die Eichenbasis muss auf jeden Fall heute, sollte auf jeden Fall auch mit angeschlossen werden. Und zusätzlich dazu werden wir dann demnächst natürlich hier von unserer mysteriösen Maschine, da werden wir noch den Turm ziemlich hoch bauen und dann werden wir hier vom Turm natürlich noch runter zur Basis, im Prinzip am Teich, die sich dann ungefähr hier befindet, werden wir natürlich auch noch einen Seilrutschen-Ankerpunkt befestigen, sodass wir, egal wo wir sind, an der mysteriösen Maschine sofort loslegen können und sofort zu den jeweiligen Stationen auf jeden Fall kommen können. Es hat sich durch das Update into the Woods einiges getan, ist unglaublich. Ihr seht hier daneben eine Zoom-Funktion, die ihr seht, wie weiter herangesoomt seid und so weiter und so fort. Ihr seht hier jetzt neu auf der Karte den Artennebel des Krieges, da seht ihr immer, wie weit ihr die Karte aufgedeckt habt, beziehungsweise wo ihr wart schon auf der Karte, beziehungsweise wo ihr euch gerade befindet und so weiter und so fort, die ganzen Wegpunkte. Man kann jetzt auch verschiedene Arten von Teilen suchen, habe ich zumindest gelesen. Hier gibt es Orte, Wegmarkierungen, Labore, Forschungsstationen, das ist ich, das bist du. Und man kann hier, wie gesagt, man kann hier verschiedene Wegpunkte platzieren und so weiter und so fort. Das habe ich alles noch gar nicht ausprobiert. Ich habe zum Beispiel auch nur festgestellt, schaut mal. Ja, im Spinnrad hat sich auch einiges getan, weil es sind mittlerweile fünf Teile, die man herstellen kann. Nicht mal vier, sondern tatsächlich fünf. Ich weiß nicht warum, wir legen auf jeden Fall mal fünf rein und ihr seht, das funktioniert hervorragend. Da kann man auch die Seitenseile bauen. Hier seht ihr, wir haben sehr, sehr viele Netzfäden, aber das Ding ist schon mal ausgebucht. Das heißt, jetzt machen wir erst mal fünf ganz normale Seile. Stellen wir mal fertig, fünf ganz normale grobe Seile und dann gehen wir zu den Seitenseilen. Weil je länger der Abstand zwischen zwei Seilrutschen und Ankerpunkten ist, desto mehr Seitenseil benötigt man natürlich. Hier schaut mal, ich habe hier die Basis auf der rechten Seite besser erweitert. Und zwar habe ich natürlich hier bei unserem wunderschönen Ausguck, bei diesen wunderschönen Fenstern, die habe ich mal Ecke angefügt. Sieht auch nicht so verkehrt aus, ich würde es einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie das aussieht. Ist jetzt nicht so wirklich der Burner, muss ich ehrlich sagen. Ich werde wahrscheinlich noch mal wegreißen, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, wie es aussieht. Das sind halt die Ecke und das sind die Runden. Meines Geschmackes nach sind die Runden irgendwie schöner, oder? Was meint ihr? So, aber zum Thema. Schaut mal, wir brauchen sechs Unkrautstängel, vier Stücken Ton und ein Seitenseil. Und dann können wir das Ding hier final fertig machen. Schauen wir mal, was wir noch da haben. Haben wir da, dann hätten wir das auch da. Und man bräuchte noch sechs Teile von unserem Holz, beziehungsweise von den Unkrautstängeln. Und dann könnte man schon, bam, das erste fertig. Das hier sind keine verbindbaren Anker vorhanden, das ist ganz, ganz klar. Ja, man kann hier immer, wie es aussieht, zwei Stück verbinden oder vielleicht sogar mehr. Genaueres kann ich euch noch nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Ich weiß es einfach nicht. Aber so sieht das Teil aus. Natürlich kann man das, man kann die Seilrutsche verbinden. Man kann das jederzeit irgendwo hin basteln. Ja, und so weiter und so fort. Ah, man kann das hier gar nicht. Okay, man kann das nur kopieren. Aber man kann das nicht nochmal irgendwo hinpacken. Okay, okay, wieder was gelernt. Okay, übrigens habe ich gelesen, kann man mit diesen Seilrutschen, Ankerpunkten nicht nur sich selber befördern, sondern auch verschiedene Materialien. Ich sage es jetzt mal zum Beispiel, die Blätter, also die, wie soll ich das sagen, diese, ja, zum Bauen von diesen Plateaus, die man da hier nicht dafür braucht. Diese ganz normalen Blätter, die man hier immer schön abgrasen kann, die kann man, könnte man auch wahrscheinlich damit befördern. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schnitt rein, meine Lieben. Ich sperre nämlich jetzt auf jeden Fall mal rückzu, wieder zu unserer Basis an der mysteriösen Maschine laufen. Dauert natürlich, wenn man was Huckepack hat. Und wenn man das mitnehmen will, dementsprechend länger. Und genau deshalb mache ich jetzt mal einen kleinen Schnitt rein. Wir sehen uns dann wieder an der mysteriösen Maschine. Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, wir sind hier an der mysteriösen Maschine angekommen. Ich habe in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen was vorbereitet. Das habt ihr natürlich nicht wirklich gesehen. Ist aber auch nicht schlimm. Das, was wir hier auf jeden Fall machen wollen, ist jetzt hier die Treppe zu bauen. Und natürlich unten einen kleinen Anschluss. Dazu habe ich noch ein bisschen Holz mitgebracht, ganz klar. Dann machen wir mal die erste Treppe fertig. Und bei der zweiten machen wir natürlich auch gleich mal setzen das Holz an. Und dann werden wir hier nacheinander gleich mal die Trebenelemente mit anziehen. Dadurch, dass jetzt auch die Treppe fertig ist, können wir natürlich auch das Gras hier außen mit ansetzen. Dass es im Prinzip eine schöne Wand gibt. Und dann könnten wir auf jeden Fall theoretisch noch ein bisschen weiter nach oben basteln. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht gleich. Ah, dazu brauchen wir dann natürlich auch entweder ein Plateau, was gerade geht. Oder dann natürlich hier oben wieder eine kleine Wand. Das ist alles kein Problem. Basteln wir mal schnell. Ja, man braucht dann zwischendurch immer noch irgendeinen Punkt. Hier zum Beispiel die Wand. Und schon kann man hier natürlich auch die Treppe hin basteln. Das ist alles kein Thema. Man bräuchte natürlich irgendwie, bei Grounded ist es immer so, man braucht da so einen Stabilisierungspunkt dafür. Aber ihr seht, das funktioniert. Hier ist es natürlich auch genau so, dass wir hier jetzt wie noch so eine Wand hinmachen müssen. Das wollte ich natürlich mit euch machen, dass ihr das mal seht, wie ich das hier so bastel. Und zwar dann einfach eine Wand oben drüber gezogen. Das ist alles kein Problem. Okay, normalerweise braucht man hier dann eine Wand hin. So, und dann die nächste Wand kommt hier direkt oben drüber. Alles kein Thema. Dann kann man die hier wieder ansetzen. Und so ergibt sich hier dann so ein wunderschönes Bild. Ich würde dann hier die drei Stück noch fertig bauen. Und dann die Treppe. Und dann oben auf jeden Fall mal ein oder zwei Plateaus hin platzieren. Da wird wir dann, damit wir dann natürlich dort oben auch, so, jetzt kann man das basteln. Damit wir dort oben auch unseren Seilankerpunkt setzen können. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das schon reicht, diese Höhe. Und dass wir uns dann wirklich schon dort drüben, bis dort rüber hangeln können. Ich bin mal gespannt, ob das schon reicht. Ich weiß es nicht genau. Also ich bin jetzt mal wirklich, wirklich gespannt. Wir müssen, wir sollten das sowieso noch mal abbauen. Aber ich würde das, ich würde das jetzt einfach mal so, so gerne testen. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, wir bauen jetzt hier einfach mal einen Vierer hin. Und da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. So, nehmen wir mal wieder acht Stück weg. Mal sehen, ob es gerade noch so reicht, der Platz. Oh, gerade so. Ihr merkt schon meine Nervosität. Ein bisschen angespannt bin ich schon, weil wie gesagt, da habe ich so lange drauf hingearbeitet. Und ja, jetzt ist es dann endlich soweit. Ein Vierer Plateau ist gesetzt, meine Lieben. Schauen wir mal, dass wir hier auf jeden Fall hier den Seilrutschen und Ankerpunkt natürlich auch hier her setzen. Und zwar genau so. Schön mittig. Und dann bräuchten wir natürlich dasselbe Unkrautstänge, Seitenseile und Ton. Die habe ich natürlich, die habe ich vergessen mitzubringen. Holz langt definitiv nicht. Habt ihr schon gesehen. Ich gehe nochmal runter, mache einen kleinen Schnitt. Und bin dann auf jeden Fall gleich wieder da mit den benötigten Materialien. Bis gleich. So, mein Lieben. Wir stehen jetzt wieder an der Mysteriöse Maschine. Ich habe alle Mats, soweit es geht, versorgt. Beziehungsweise besorgt. Schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz hochbringen. Ich glaube, da haben wir noch zwei Stück benötigt. Oder drei. Schauen wir mal. Es waren unterwegs zwei. Ein Seitenseil. Und jetzt gibt es den Ton. Und jetzt könnten wir hier oben versuchen, einen Ankerpunkt zu setzen auf eine andere Trasse. Jetzt bin ich mal gespannt. Schaut mal. Seilrutsch zu verbinden. Und zwar bräuchte man 24 Seitenseile. Zum Glück. Ich sage ganz ehrlich, zum Glück haben wir hinten in unserer Basis. Zum Glück haben wir hinten in unserer Basis. Da war ich nämlich in der Zwischenzeit auch nochmal. In unserer Basis an der Hecke jede, jede Menge Seitenseile gebastelt. Und wirklich, das haben wir wirklich der Bastelei zu verdanken, dass wir jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie geht das jetzt? Drücken wir mal auf die Taste E, oder? Ja. Und dann verbinden, oder? Bereits verbunden. Okay, und jetzt... Ah, und jetzt müssen wir die zack, 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 nacheinander verbinden. Mega geil. Und jetzt, meine Lieben. Es ist soweit. Die erste Seilrutschenfahrt, wenn es überhaupt möglich ist. Aber so wie es aussieht, ist gefällig genug da. Ich bin gespannt. Ich bin richtig nervös. Ich bin echt nervös. Boah, jetzt... Jetzt bin ich gespannt. Okay, mein Lieben. Los geht's. This is awesome! Okay, es geht relativ langsam voran. Aber es geht voran, mein Lieben. Es geht voran. Es geht voran. Okay, wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen Gefälle basteln. Und dann nutzen wir halt dieses... Dann nutzen wir halt da hinten diesen Seilrutschen-Ankerpunkt nutzen wir halt für irgendwas anders. Wenn wir halt zumindest mal runter wollen. Irgendwohin vielleicht unten ins Gras rein. Aber schaut mal, es funktioniert. Es geht. Ich glaub das nicht. Ah, ist das geil. Es ist sensationell. Ich flipp aus. Die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Und so weiter und so fort. Und dann... Ah, ich weiß ja schon, unser nächstes Ziel. Unser nächstes Ziel wird dann auf jeden Fall sein, die Waffen noch weiter zu verstärken. Äh, das sollten wir uns dann in ein anderes Labor begeben. Mein Lieben. Und ich hab gelesen, das ist dann hier in dieses Giftlabor. In der Giftzone. Da müssen wir rein. Und den Chip sollten wir uns dann auf jeden Fall auch holen. Da warten wir mal noch auf den Bürgel. Ähm, ich würde mal sagen, der süße Rätsel, den Bürgelchip, den brechen wir ab. Aber die anderen beiden Reparaturwerk zurückherstellen. Und den Wegmarkierer für den Krötensumpf. Das würde ich auf jeden Fall gerne, gerne abschließen mit euch. Und dann schauen wir mal, was der Bürgel hat. Und dann müssen wir dann irgendwann zu einer Quest kommen, die uns natürlich auch dort rein, äh, dort reingeleitet. Dass wir dann sehr, sehr viele Punkte dort abgreifen können. Das ist nämlich die Hauptsache. So, und wie es aussieht, meine Lieben? Also mega. Es ist zwar sehr, sehr langsam. Aber ich bin ganz ehrlich, das Gefälle können wir ja auf jeden Fall, könnten wir das noch erweitern. Richtig, richtig geil. Und es hat funktioniert. Meine Lieben, das hat tatsächlich funktioniert. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Jetzt bin ich nochmal gespannt, was passiert, wenn wir hier dann plötzlich ab... abgeworfen werden. Ach, war das zärtlich. Ach, war das zärtlich. Also ganz ehrlich, das ist eine absolut geniale, geile Konstruktion und Erfindung. Finde ich richtig geil. Ähm, wir können jetzt hier durch die Gegend flattern, meine Lieben. Jetzt würde mich noch eins interessieren. Dann könnte man jetzt, natürlich müsste man auch unsere Basis an der Hecke noch dementsprechend wirklich, wirklich viel, viel höher bauen. Also ihr habt es gesehen, also mit zwei, drei Stockwerken ist da nichts gemacht. Ich würde da eher sagen, dass wir vielleicht entweder unsere Basis im zweiten Stock abschließen und dann wirklich mit den Klee-Dächern eine extremste Erhöhung bauen und dort oben im Prinzip das zusammenführen zu einem einzigen Seilrutschen-Ankerpunkt oder das vielleicht noch anders machen, weil ich würde auch gerne von hier aus, der Punkt liegt hier, ihr seht, der Punkt liegt sehr weit im Südosten. Da würde ich auf jeden Fall noch schauen, dass wir zumindest mal vielleicht Richtung Teich auf jeden Fall noch einen bauen. Ich hätte da zum Beispiel die Forschungsstation im Blick oder wenn alle Stricke reißen, könnten wir selbstverständlich auch zu unserer Teichbasis von hier aus. Das wäre alles kein Problem. Schaut mal, ich sage mal, wir könnten locker gut und gerne hier den ganzen Teich überqueren beziehungsweise dieses ganze Feuchtbiotop könnten wir eigentlich locker überqueren und dann eigentlich Richtung Eiche dort hinten mit einer dementsprechenden Höhe hier könnten wir das auf jeden Fall bewerkstelligen. Also ihr seht, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Was machen wir als nächstes? Natürlich werden wir jetzt noch als nächstes, da sammle ich noch die Mats zusammen, das machen wir aber definitiv dann in der nächsten Folge. Ich wollte diese Folge eigentlich mit euch zusammen jetzt das erste Mal so einen Seilrutschen-Ankerpunkt bauen. Das haben wir geschafft, mein Lieben. Es ist soweit. Endlich geht es los. Was machen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge werden wir nochmal einen Seilrutschen-Ankerpunkt setzen. Und zwar würde ich dann sehr, sehr gerne probieren, natürlich die Basis an der mysteriösen Maschine mit der Basis an der Eiche so weit zu verbinden, dass wir auch da relativ schnell mit diesen Ankerpunkten durch die Gegend rutschen können. Das wäre zumindest mal mein Ziel für die nächste Folge. Dazu ist noch jede, jede Menge Material zu farmen, weil ich muss natürlich auch in der Eiche oder an der Eiche dafür sorgen, schaut mal, da drüben ist unser Plateau, was Richtung der Basis am Teich geht. Ich sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir auch an der Eiche richtig hoch bauen, also richtig, richtig hoch. Das wird auch so eine kleine niedliche Basis um die Eiche rum. Und an der Eiche würde ich dann auf jeden Fall sagen, dass wir uns dort in den Rück, sagen wir mal so einen Ankerpunkt, ein bisschen weiter oben setzen und dann auf jeden Fall, dass wir wieder zurückkommen. Das ist jetzt ganz, ganz klar. Aber ihr seht schon, vom Niveau her müssen wir mindestens, mindestens sollten wir bis zu den Baumpilzen hoch. Weil unten drunter, ihr seht es schon, unten drunter hat man, also ich sage mal, da ist man genauso langsam wie hier und deshalb würde ich ja sagen, wir brechen hier diesen Ankerpunkt natürlich irgendwann später wieder ab. Mich würde das nochmal ein, was interessiert, ob das auch geht. Ich verrate es mal noch nicht, das würde ich jetzt gerne zum Abschluss der Folge machen. In der Zwischenzeit. Dankeschön Max. In der Zwischenzeit noch einen Schluck Wasser zu uns genommen. und dann würde ich mal jetzt mal so eine Grasplatte stemmen. Die schaffen wir jetzt mal hoch und zwar würde ich das gerne mit einem Stück Holz probieren und mit einem Gras. Moment. Hier ist es, ne? So, jetzt würde ich hochgehen. Kann man das? Nein. Das ist ja genial. Also, man kann nicht nur sich selber hin und her fahren, sondern man kann auch die dementsprechenden Teile hin und her fahren lassen. Das ist ja genial. Also, hier kann man farmen, dann kann man bis ganz hoch laufen und da hier kann man, wenn es schnell gehen soll, kann man von hier auf jeden Fall ganz, ganz locker kann man auch bis da drüben bis da drüben die Teile dann fahren lassen. Ich denke mal, die werden da drüben dann abgeworfen und dann könnte man da drüben dementsprechend, wenn man schnell viele Materialien benötigt und einen schönen Farmspot gefunden hat, einfach einen Turm bauen oben drauf eine Seilrutsche eine Seilrutsche, die höher ist zu dem eigentlichen Plateau, wo man die Teile hinhaben möchte und dann zack, zack, zack nacheinander wirklich das Gras hier deponiert und dann einfach fortgefahren. Ich finde das ja mega, diese Idee. Also, dass die das noch mit implementiert haben, finde ich echt toll. Wow. Wir haben heute ganz schön was gesehen, oder mein Lieben? Ich sage mal, bis hier drüben sollten wir natürlich noch etwas Material farmen. Ihr habt ja gesehen, wie hoch dieses Plateau hier ist. Dieses Plateau hier oben würde ich auf jeden Fall beibehalten, sodass wir hier eine kleine, sodass wir hier auf jeden Fall von da oben schon mehr Gefälle hier runter haben. Und da hinten würde ich dann, ich hätte mal entweder ganz hinten oder so kurz vor der Basis an der Eiche, würde ich auf jeden Fall den nächsten Ankerpunkt setzen und dann würde ich von hier aus direkt darüber, weil schaut mal, das Gefälle bietet es an. Und dann würde ich jetzt sagen, nächste Folge machen wir es, wie gesagt, so. Wir machen es doch mal hier pro forma, klemmen wir das an. Und zwar würde ich natürlich dann hier schon den nächsten Seilrutschen Ankerpunkt setzen und würde dann direkt Fahrt da drüben den nächsten Punkt ansetzen. Okay? Wir könnten ja auch noch eine Seilrutsche verbinden. Aha. Hat er diese bereits verb... Haben wir da nur eine? Man könnte die aber nicht... Man kann die aber nicht drehen, oder? Kann man das echt für zwei benutzen? Wollte man hier gar keine zu bauen? Okay, wieder was gelernt. Ich habe gedacht, dass es nur einzeln geht, aber so wie es aussieht, kann man auch mehrere Punkte miteinander verbinden. Das ist ja genial. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, mein Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr natürlich auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Nächste Folge, natürlich geht es weiter mit den Seilrutschen. Und dann Richtung der Basis an der Eiche. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht mit den Seilrutschen auch Richtung unseres Teiches kommen, oder? Wir sehen, also von hier aus sehen wir nur den kleinen, ja, wie soll ich das sagen, nur die kleinen Laternen, beziehungsweise den kleinen Pavillon mit der Forschungsstation da drüben. Und unsere Basis ist ja eigentlich hier hinter dem Geäst, hinter den Wurzeln. Da ist eigentlich unsere Basis. Und da sollten wir auf jeden Fall auch so einen Seilrutschen-Ankerpunkt setzen. Oder was meint ihr? Aber das alles natürlich in der nächsten Folge. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Bye, bye. So, mein Lieben, entschuldigt bitte noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar, ich konnte es einfach nicht lassen. Wir haben die Finger nochmal gejuckt. Und zwar habe ich jetzt nochmal an der Teich- beziehungsweise an der Eiche-Basis. Für die Teich-Basis habe ich auch schon zwei, drei Sachen vorbereitet. Das aber wollte ich dann in der nächsten Folge, ich sage mal, in dieser Folge machen wir auf jeden Fall natürlich noch die Seilbahn und die Seilrutsche fertig, sodass wir auch natürlich von unserer Basis der mysteriösen Maschine hier rüberkommen. Das ist allerdings kein so ein großer Weg. Ich habe das hier schon mal so pro forma aufgestellt. Natürlich machen wir das jetzt alles nochmal ganz in Ruhe zusammen. Dazu muss man natürlich hier diese Seilrutschen-Ankerpunkte setzen. Die kommen dann hier so her. Nur mal schauen, dass die relativ gerade sind. Ganz wichtig, habe ich mir überlegt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber ich baue dahinter auf jeden Fall noch ein paar solche Zäune auf. Weil wenn ich da Materialien hin und her fahre, beziehungsweise auf die Seilrutschen packe, dann weiß ich nicht, wo die Materialien aufkommen. Ich meine, durch sehr hohes Gefälle geht das ja umso schneller. Und wenn die Teile dann hier abfliegen, weiß ich nicht genau, wo sie hinfliegen. Und da würde ich das lieber, ich sage mal, künstlich so eine kleine Bremse einbauen wollen. Wir bauen das Teil gerade einmal fertig. Schaut mal, die Verbindung wäre hier blockiert, weil ganz klar, das würde nicht funktionieren, weil dort steht natürlich hier das Haus im Weg von den Fliegen. Aber hier könnte man jetzt hier mit einem Seitenseil das verbinden, auf jeden Fall, und das wäre miteinander verbunden. Bauen wir nur noch fertig. Und dann hätten wir von der mysteriösen Maschine hierher auf jeden Fall den nächsten Seilrutschen-Ankerpunkt gesetzt. Finde ich persönlich richtig gut. Jetzt sollten wir auf jeden Fall noch mal schauen, dass wir noch ein paar Grasplatten hier runter bringen. Das habe ich natürlich noch nicht gefarmt. Aber das ist kein Problem. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Und zwar, wir laufen noch mal schnell zurück. Ah, das ist der absolut perfekte Zeitpunkt, das auszuprobieren. Und zwar würde ich mit euch sehr gerne Folgendes machen. Wir laufen jetzt zurück. Dann schnappen wir uns acht Stück von diesen Grasplatten. Und dann werden wir die über die Seilrutschen hier runter zur Basis an der Eiche, werden wir die auf jeden Fall mal rutschen lassen. Da bin ich mal gespannt, ob das, wie schnell und wie langsam das geht. Hier unten, was ist das hier? Marini, grüß dich, mein Freund. Ja, die müssen wir dann auch mal wieder, die müssen wir dann leider auch mal wieder einen oder den einen oder anderen Marienkäfer killen. Wegen unserer Rüstung. Die müssen dann auch mal wieder dringend repariert werden. Zurzeit haben wir ja die Ameisenrüstung an. Die habe ich nur angezogen. Da kann man halt deutlich, deutlich mehr Sachen tragen. So. Außerdem habe ich gelesen, meine Lieben, da gibt es den Smoothie, der einen auch noch mal mehr Sachen tragen lässt. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. So, jetzt gehen wir mal hier jetzt. Wir wenden mal den Ankerpunkt an. Und dann einfach fallen lassen, oder? Zack, 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 zack. Ist das genial. Das ist ja der absolute Hammer. Okay, natürlich machen wir das auch gleich mit mir so. Und das merkt man schon. Das ist etwas steileres Gefälle, oder? Das sieht man gleich. Links central fallen lassen. Okay, ich möchte mich nicht fallen lassen. Ich will gucken, was passiert. Okay, alles klar. Also, ihr seht, je steiler das Gefälle ist, desto weniger Spaß macht es, wenn man tatsächlich hier unten aufkommt. Und jetzt sage ich mal, da haben wir auf jeden Fall hier wie so eine kleine Bremse reingebaut. Da können wir, egal, jedwes Material, was wir an der mysteriösen Maschine haben, was dann hier rüberkommen soll, können wir dann auf jeden Fall mit den Seilrutschen hier anklemmen. Das heißt, es sind eigentlich fast alle Basen miteinander verbunden. Wie gesagt, ich möchte jetzt noch final die Basis am Teich natürlich mit der Basis hier oben an der mysteriösen Maschine verbinden. Das wird noch ein kleiner Act, meine Lieben. Hier unten ist die mysteriöse Maschine hier auf der Seite und hier oben hier ungefähr wäre dann unsere Basis am Teich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das irgendwie verbinden können. Wir müssen auf jeden Fall auf einer Seite noch mal ziemlich hoch bauen. Ich denke mal an der mysteriösen Maschine. Der Seilrutschen-Ankerpunkt wird noch etwas zu tief liegen. Ich denke mal, da müssen wir noch etwas höher hinaus, damit wir erstens die erstmal die Teichbasis überhaupt sehen, weil da brauchen wir freie Flucht nach unten und zweitens bräuchte man noch sehr, sehr viele Seile, sehr, sehr viele Seitenseile, dass man das miteinander verbinden kann. Schaut mal, ich habe hier noch ein ganz kleines bisschen an unserer Basis an der Eiche gebaut. Das hier habe ich komplett alles abgerissen und zwar habe ich hier die Wendetreppe natürlich ersetzt durch die ganz normalen Klee-Dächer. Jetzt kommen wir hier wunderschön hier hoch, haben hier eine Tür, kommen hier rein, da habe ich auch gleich das Zelt hingestellt, da habe ich auch hierhin gleich den Grill hingestellt. Schön ein bisschen ab vom Schuss, schön mit viel Schatten und natürlich ein bisschen weiter oben würde ich dann entweder eine kleine Werkstatt hinbauen oder eine Werkbank oder vielleicht so eine kleine Ausruhzone und noch ein bisschen weiter hoch würde ich auf jeden Fall den Weg zurück machen. Also ich schätze mal, hier so weit oben ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Wir wollten ja zumindest bis an die Baumpilze heran und die sind natürlich noch ein ganzes Stück weiter oben. Aber das werde ich zwischen die Folgen mal ein bisschen basteln und wenn ich dann fast so weit bin, dann möchte ich auf jeden Fall dazuholen. Dann gehen wir das zusammen durch, was ich dann hier vorhabe und was wir dann in die Tat umsetzen und da bin ich mal gespannt, ob wir natürlich auch den Weg zurückfinden. Wie gesagt, bis jetzt ist es nur so, wir können nur eingleisig fahren. Das heißt im Prinzip, wir können nur von der Mitte der Karte nach außen und müssen immer von außen natürlich wieder zurücklaufen. Das sollte natürlich auch in nahe oder ferner Zukunft anders werden. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Das wollte ich mit euch jetzt abschließend machen. Hier unten wollte ich noch so ein kleines Lager hinbauen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht hier oben sogar hier hinten vielleicht dann sogar so ein kleines Lager aufbauen und dann möchte ich auf jeden Fall mindestens eine große Räumlichkeit hier irgendwie basteln. Also ich schätze mal entweder, dass wir das hier irgendwie zumachen vielleicht. Dass wir hier das mit einer kleinen Tür versehen und so weiter, so fort. Dass wir hier das ein bisschen schön zumachen. Hört ihr das? Oh, das sind die Wolfsspinnen. Die schlafen in der Eiche. Oder wir machen das anders oder wir basteln hier oben die Räumlichkeit, machen wir die zu. Je nachdem, die Möglichkeiten sind hier wirklich schier grenzenlos. Wir fangen gleich hier unten an, machen das ganze Teil zu. Wobei, möchte ich ungerne. Ich möchte nämlich von hier aus noch einen Weg darüber bahnen. Ich würde gerne die Wolfsspinnen natürlich, wenn die hier unten rauskommen, würde ich die gerne mit Armbrustfeuer hier oben auf jeden Fall überraschen wollen. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier ein Stockwerk zu tief bin. Zu der Beastung da drüben. Ich sollte vielleicht noch ein Stockwerk weiter hochgehen und dann können wir auf jeden Fall hier eine schöne Brücke da rüber bauen. Oder wir bauen es hier so und gehen hier rüber. Ah, schauen wir mal. Das ist alles Zukunftspolitik. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt gehe ich mit euch natürlich noch mal rüber zur Teichbasis und möchte es euch noch mal zeigen, wo die sich ungefähr befindet und wie hoch man dann erst mal bauen muss, dass man überhaupt erst mal einen Fluchtpunkt findet. Warum schaut man da hinten? Der Rosenstock ist einfach nur genial. Einfach nur genial. So, dort hinten seht ihr die Abzweig links und dort unten seht ihr schon den Eingang unserer Teichbasis. Vorne dieses monumentale, dieses monumentale, wunderschöne angefangene Blattschloss, was wir da gebaut haben beziehungsweise schon hat schon den Eingang eines Schlossbereiches und schaut mal, wo wir da sind und schaut mal, wo wir da hin müssen. Also, so wie das aussieht, stehen wir hier, wenn ich mal noch so ein Stück zurückgehe, so ungefähr hier, stehen wir hier so, ich sage mal hier an dem Astwerk vorbei, stehen wir hier so optimal in der Flucht von der mysteriösen Maschine. Schaut mal, jetzt wenden wir mal den Blick nach unten. Genau, hier ist eine mysteriöse Maschine. Stehen wir genau in der Flucht. Mysteriöse Maschine und dann hier Teichbasis, oder? Die Teichbasis wäre dann hier. Wir laufen auf jeden Fall noch mal schnell hin und dann mache ich mal zwischen den Folgen auf jeden Fall mal einen Plan, wie man von der mysteriösen Maschine dort oben über eine Seilrutsche direkt zur Teichbasis kommt. Ich schätze mal, dass das vielleicht nicht gut geht. Wenn, dann müsst ihr mal ganz, ganz hoch bauen. Ich schätze mal, wir sollten hier irgendwo in der Mitte sollten wir vielleicht noch mal so einen kleinen Zwischenstützpunkt aufbauen und dann von hier aus Richtung Basis am Teich auf jeden Fall uns das nächste Seil spannen. Schauen wir es uns zumindest mal an. Hier sind auch wieder jede Menge Spinnen unterwegs. Ihr braucht gar nicht weit weg zu rennen, ihr lieben Spinnen. Ich hole dann nur meine andere Rüstung und dann schauen wir mal, schauen wir mal, ob ihr nicht ein paar Materialien fallen lasst, die ich ganz dringend brauche. So, hier trinken wir mal. Dankeschön. Was du hast entdeckt? Saft. Warum entdeckt? Entdeckt. Okay. Entdeckt. So, dann könnten wir, das Teil ist ja eigentlich voll, ne? Das könnten wir umstellen. Dann nehmen wir das und stellen das wieder hier hin. So läuft ja wieder die Flüssigkeit hier direkt rein. Und den nehmen wir dann und schleppen den auf jeden Fall natürlich zu unserer Basis am Teich. Und übrigens habe ich natürlich durch das neue Update into the Woods habe ich gelesen, dass es hier irgendwo eine verseuchte Spinne gibt. So, mein Lieben, wir wären eigentlich da. So, jetzt stellen wir doch das Teil hier auf. Dann zeige ich euch das kurz. Und dann, meine Lieben, sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Gucken wir noch schnell da hoch. Schaut mal, hier ist der höchste Punkt hier oben. So. So, hier oben. So, und jetzt guckt mal. Da drüben ist die mysteriöse Maschine. Also, ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Mein Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Liebe Grüße und bleibt schön gesund. Euer Zanto. Bye, bye. Bye.